Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich freue mich, dass Sie erneut mir und meinem Gesprächspartner folgen wollen bei einer neuen Folge unseres Podcasts und heute wird es ganz, ganz spannend, aber vielleicht auch ein Stück weit herausfordernd, denn ich habe als Gast einen, ich will mal sagen, einen Guru der Startup-Szene hier, das ist Dirk Griesinger, der in Berlin, in Leipzig und an anderen Orten im Bereich Startup viel getan hat, sich auskennt, viel mehr weiß als ich und ich habe vor allen Dingen heute viele Fragen mitgebracht. Erstmal herzlichen Dank, Herr Griesinger, dass Sie hierher gekommen sind in unser Landratsamt. Sehr gerne. Meine erste Frage, Sie haben ja im Vorgespräch gesagt, Sie haben viel mit Personal und Strukturen in Ihrem Leben zu tun gehabt. Wenn Sie durch ein Landratsamt gehen und diese Flure hier bei uns sehen, Sie sind auch über unsere Beamtenlaufbahn gegangen, das ist dieser Übergang von dem einen Haus zum anderen, was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen? Denken Sie da, oh, verstaubte Büros, hier fühle ich mich nicht wohl. Wie sehen Sie öffentliche Verwaltung? Tatsächlich so, wie Sie es gesagt haben. Wahrscheinlich nochmal 30, 40 Jahre zurückversetzt. Bisschen an meine Schulzeit, weil das waren auch immer solche Flure. Hier war aber teilweise Teppich, bei uns war es immer Linoleum. Aber ansonsten ist es etwas, wo ich froh bin, in dieser Umgebung aktuell nicht zu sein. Weil hier alles eingegrenzt in Büros, die Menschen verschwinden und heute die Form des Arbeitens in Ihrer Welt eine ganz andere ist. Wir hatten gerade das Beispiel. Mein Kollege, mit dem ich hierher gekommen bin, hatte einen öffnen Schnursenkel und musste sich runterbeugen und wir hatten Gegenverkehr. Und schon war eine unangenehme Situation. Wie verhält man sich jetzt? Wo stellt man sich hin, um diesen Verkehr nicht zu behindern? Und das zeigt eigentlich, dass wir uns auf den Fluren nur entgegnen wie im Straßenverkehr, aber keinerlei Kommunikation entsteht. Und es gibt keine Kommunikationspunkte auf diesen Fluren. Es gibt keine Möglichkeit, mal anzuhalten, mal zur Seite zu gehen. Sie sind sofort ein Störfaktor. Und das ist schade. Und nun sind wir ja in einer Zeit, in der Corona so eine große Rolle spielt, leider. Das heißt ja auch für viele, auch in Büros, in Verwaltungen, man versucht, ein Stück weit auseinander zu gehen, arbeitet von zu Hause aus, geht ins Homeoffice. Das ist für öffentliche Verwaltung jetzt seit einem Jahr verhältnismäßig neu, für andere Unternehmen vielleicht auch. Aber ist das jetzt vielleicht eine Umbruchssituation, die mit der Arbeitswelt in allen Bereichen etwas macht, was sich auch nicht mehr zurückholen lässt in das alte System? Absolut. Und ich glaube, auch wenn die Krankheit und all das, was drumherum passiert ist, eine unglaublich schlimme Thematik ist, hat es trotzdem viel verändert. Viel verändert in Hinsicht auf das Arbeiten, aber auch auf das eigene Leben. Man schätzt viele Dinge, hoffentlich deutlich mehr. Klar, wir sind Gewohnheitstiere. An bestimmten Punkten werden wir wieder in alte Schemata zurückverfallen. Aber ich glaube, gerade das Thema Arbeiten haben wir jetzt alle mal mitbekommen, dass Homeoffice nichts ist, was Schlimmes. Und dass auch Mitarbeiter selbstständig sein können und auch wissen, welche Arbeit sie zu tätigen haben. Und dieses Vertrauen, was man als Arbeitgeber, egal ob man jetzt öffentlicher Arbeitgeber oder privater Arbeitgeber ist, in Mitarbeiter haben kann und trotzdem die Arbeit funktioniert und Ergebnisse hinten rauskommen, ist etwas, was uns in der Zukunft ganz, ganz viel offen hält und ganz viele Möglichkeiten verschafft. Möglichkeiten verschafft, aber dann auch Gefahren, wenn ich Beruf und Familie und Freizeit so miteinander verwebe, was ja viele jetzt tun müssen, wenn sie zum Beispiel Kinder zu Hause haben, weil die Schule nicht offen ist, die Kita nicht offen war. Aber besteht da auch die Gefahr, dass man das gar nicht mehr trennt und überhaupt nicht mehr abschalten kann? Also ich spreche da ein bisschen aus eigener Erfahrung. Ich gehe abends mit meinen Themen ins Bett und stehe früh mit denen auf und zwischendurch kenne ich eigentlich keine Pause. Auf Dauer ist das, glaube ich, nicht gut für jeden. Und das ist die Aufgabe nachher der Arbeitgeber, genau darauf zu achten. Und so wie wir vor 30 Jahren in den Unternehmen Computer eingeführt haben und alle Menschen eigentlich dazu bringen mussten, mit einem Computer anstatt mit Schreibmaschine oder Stift zu arbeiten, so müssen wir heute vielleicht nicht mit genau dieser Thematik anfangen, aber mit der Art, wie arbeite ich. Es geht nicht mehr darum, das Thema Work-Life-Balance ist, glaube ich, etwas, was aus meiner Sicht in vielen Punkten veraltet ist, sondern es geht darum, Arbeiten und Leben miteinander zu vereinen, so zu vereinen, dass sie Spaß haben. Ich gebe Ihnen mal ein kleines Beispiel. Wenn Sie Ihr Hobby zum Beruf machen, dann werden Sie es hassen, wenn Sie nachher sehen, es ist 19 Uhr und Sie müssen aufhören. Nehmen wir mal das kleine Beispiel, man hat eine Eisenbahn und das ist der Beruf. Man bastelt an der Eisenbahn, dann versinkt man darin. Man ist bis spät in die Nacht damit beschäftigt. Wenn dann auf einmal die Frau ruft und sagt, jetzt ist mal gut, komm mal ins Bett, dann ärgern Sie sich. Und dann haben Sie eine ganz hohe Intention und eine intrinsische Motivation, eigentlich das machen zu wollen. Auf der anderen Seite, wenn Sie arbeiten und schon so erzogen sind mit einer Stechuhr, Sie müssen eine Anzahl von Arbeitsstunden ableisten, um ein guter Mitarbeiter zu sein, dann war das einfach die falsche Erziehung. Und wir müssen jetzt umdenken. Wir müssen vielmehr darüber nachdenken, was ist eigentlich die Verantwortung eines Einzelnen? Was trägt der Mitarbeiter eigentlich zum Ganzen bei? Und wie viel Verantwortung steckt dann auch hinter seinem tagtäglichen Tun? Und wenn das passiert, dann wird auch immer mehr ein eigenes Wollen hinter der Arbeit sein. Und wenn das passiert, dann wird auch eine ganz andere Motivation sein. Aber trotzdem, das Thema Management, Zeitmanagement wird in der Zukunft ein anderes sein, als wir es heute noch haben. Dazu müssen wir viel unterstützen, viel helfen. Aber eine Sache wird sicherlich dann mal aufhören und das kenne ich aus eigener. Ich habe selber zwei Kinder. Das Thema Homeschooling macht alle fertig. Das wird halt auch irgendwann mal aufhören. Und dann beginnt eine neue Ära des Arbeitens an vielen Punkten. Der Bandarbeiter kann es aber nicht verändern. Und auch der Maler, Lackierer kann nicht von zu Hause aus eine Wand malen. Das funktioniert nicht. Das ist sicherlich an bestimmten Faktoren, kann man verändern. Viele Berufe, wie auch der Landwirt, der wird es nicht verändern können, weil der kann das Feld nicht von zu Hause mähen. Also teilweise. Es gibt ja auch schon viel technologische Unterstützung, wo er es mit Robotik tun kann. Aber ich glaube, das ist ein anderes Thema. Jetzt versuche ich mal ein bisschen auf Ihr Kerngeschäft, wenn ich das so sagen darf, zu kommen. Sie sind mit Ihrem Unternehmen Simply Office in Leipzig, in Potsdam, Berlin tätig und bieten dort unter anderem Start-up-Unternehmen einen Rahmen, in dem sie sich entwickeln können. Ich würde Sie gerne erst mal bitten, zu erklären, was ist das eigentlich? Wann spricht man von einem Start-up? Und welche Rahmen bieten Sie da? Und warum ist das überhaupt notwendig? Bevor wir dann später zu der Frage kommen werden, ist das auch ein Thema für den ländlichen Raum? Denn als Landrat interessiert mich natürlich, wie können wir junge Leute für den ländlichen Raum begeistern, als Wohnort, aber auch als Arbeitsort? Und ist das, was in den Städten passiert, was Sie da so erfolgreich praktizieren, überhaupt eine Art Blaupause für ländliche Räume? Oder passt das gar nicht zusammen? Zuerst muss ich einmal damit aufräumen, dass wir nicht nur für Start-ups ein Zuhause sind, sondern wir sind tatsächlich für kleine Unternehmen, die nicht neu sind, ich komme gleich zur Begriffsdefinition von einem Start-up, aber wir sind genauso für kleine Unternehmen, für den kleinen Mittelstand, für den mittleren Mittelstand, für den großen Mittelstand, aber auch für Konzerne, Behörden, Kommunen sind wir genauso Anlaufpunkt. Bei uns geht es immer darum, ich brauche einen Arbeitsort für eine gewisse Anzahl an Mitarbeitern und habe entweder zwei Faktoren dahinter, die mich treiben, das ist entweder das Thema Wachstum, Veränderung, Digitalisierung, das ist so dieses ganze Wachstumsthema, oder aber ich habe das Thema Auslagerung, was jetzt ganz, ganz viel passiert. Ich muss als Arbeitgeber, das nennt man dezentrales Arbeiten, ich muss als Arbeitgeber nicht meine Leute nach Herzogenaurach schleppen oder nachher in den Schwarzwald, weil ich dort meine Firma habe, sondern wenn ich gute Entwickler brauche, dann kann ich die an jedem Ort der Welt arbeiten lassen, das ist das, was wir jetzt aus Corona auch gelernt haben, und gehe eigentlich dahin, wo sie leben. Und wenn sie nachher auf dem Land leben und dort ein Haus gebaut haben und ich möchte sie aber anstellen und sie müssten aber 400 Kilometer weiter wegziehen und müssten alles aufgeben, werde ich als Arbeitgeber diesen tollen Mitarbeiter, den ich eigentlich haben möchte, den werde ich nicht bekommen. Also warum gehe ich nicht dorthin, wo mein Mitarbeiter lebt? Der Ansatz des Dezentralen zur Arbeit. Das ist ein Thema, wo ich schon seit Jahren für kämpfe, darüber nachzudenken, dass Menschen dort arbeiten, wo sie leben und nicht dort leben müssen, wo sie arbeiten. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und ich glaube, das ist auch die große Chance jetzt aus ländlichen Gegenden tatsächlich Potenzial rauszuholen. Wenn wir von dem Thema Startup sprechen, dann ist ein Startup etwas, was nichts anderes ist als ein Existenzgründer, der sagt, er hat eine Idee, er hat eine Vision vielleicht sogar, wie ein Unternehmen aussehen könnte, kann einen Bedarf decken, das ist immer ganz wichtig, ohne Bedarf werden sie kein erfolgreiches Startup haben. Und wenn sie einen Bedarf decken können und das Unternehmen aufbauen, dann haben sie bestimmte erste Steps, die sie durchführen. Und bis zu einer Größenordnung, man sagt bis zu fünf Jahren, ist man ein Startup. Aus der heutigen Definition würden wahrscheinlich auch Unternehmen, die schon älter sind als fünf Jahre, aber trotzdem noch eine sehr flexible Arbeitswelt um sich herum haben, sich immer noch als Startup bezeichnen. Und deswegen ist das Thema Startup heute sehr langgezogen wie ein Kaugummi. Aber es ist ja auch sehr positiv belegt als Begriff, oder? Also jedenfalls aus meiner Sicht von außen. Also Startup hat irgendwas Innovatives, da geht richtig die Post ab. Das muss aber gar nicht so sein. Erstens muss es das nicht sein. Ich habe einen Kunden, der unglaublich professionell aufgestellt ist seit dem ersten Tag, der ganz klar strukturiert ist, brutale Prozesse hat und wahrscheinlich eher hier in diese Gänge reinpassen würde, von den Strukturen und Prozessen her, als dass es ein Startup ist. Trotzdem ist es ein Startup, weil es halt frisch gegründet ist, brutal innovative Idee hat, wirklich einen Markt aufgemacht hat, den es vorher nicht gab, Millionen an Umsätzen generiert, aber auch von sich aus gar nicht als Startup bezeichnet werden möchte, sondern es ist ein Mittelständler, es ist ein innovativer Mittelständler. Aber dieses Image des Startups wollen sie gar nicht haben, weil Startup natürlich auch nicht nur Positives hat, sondern das sind nachher diejenigen, die verrückt sind. Das sind die mit dem Latte Macchiato, das sind die mit dem Kicker, die viel Spaß immer haben wollen, wo wilde Partys sind. Und ich glaube, das ist die Welt, vielleicht noch vor zehn Jahren. Heute sieht ein Startup, glaube ich, deutlich professioneller aus und wenn man mal hinter die Kulissen guckt, dann wäre man wahrscheinlich ernüchtert, wie teilweise, wie langweilig es ist, weil es halt doch schon Arbeit ist und hoch fokussiertes Arbeiten ist. Passt denn Startup und ländlicher Raum zusammen? Wir stehen hier im Burgenlandkreis vor einem Strukturwandel oder sind mittendrin, die Braunkohle verschwindet, die Arbeitsplätze werden in dieser Form nicht mehr zur Verfügung stehen und viele sagen, naja, dann müssen wir hier halt Startups ansiedeln. Also wie passt Startup und ländlicher Raum überhaupt zusammen? Müssen wir uns hier eine Nische suchen, in der so etwas überhaupt entstehen kann? Bevor Sie überhaupt an Startups denken, müssen Sie schauen, welche Unternehmen sind hier vor Ort? Wer ist hier stark? Was sind Ihre Treiber? Sind es Landbetriebe? Ist es vielleicht kleine Industrie? Sind es Dienstleistungsgewerbe, die hier angesiedelt sind? Das heißt also, man nimmt erstmal die eigene Region auseinander und schaut, was ist überhaupt vorhanden. Und ein Startup funktioniert auch nicht, ohne dass es einen Gegenpart hat. Das heißt, ein Startup kann unglaublich viel... Was meinen Sie jetzt mit Gegenpart? Mittelstand. Mittelstand, das heißt, von den Unternehmen, wo Sie auch lernen können, wo Sie sich anbinden können, wo auch entsprechende Kunden entstehen. Also wenn ein Startup sich gründet, dann braucht es immer eine entsprechende Umgebung, um auch zu wachsen und professionell sich aufbauen zu können. Wenn Sie ein Startup auf dem Land gründen und eine gute, und das ist jetzt der Faktor, eine gute Internetverbindung haben, dann haben Sie ja erstmal alle Grundvoraussetzungen, die da sind. Es ist Platz da, es ist Internet da, es ist Strom da und dann ist ja erstmal alles da. Aber warum soll jetzt derjenige vielleicht aus einer städtischen Umgebung rausgehen und dann sich zu uns im ländlichen Raum hinbewegen? Selbst wenn diese Bedingungen alle da sind, findet er das in der Stadt dann nicht auch. Das hängt dann eher an diesen Umgebungsfaktoren, die Sie beschrieben haben, weil er deshalb dahin geht, weil zum Beispiel im Industriepark in Zeitz eben chemische Industrie da ist und er im Umfeld der chemischen Industrie was macht oder weil eben moderner Landmaschinenbau ist und er vielleicht digitale Angebote im Umfeld des Landmaschinenbaus tätigen will. Verstehe ich das richtig? Perfekt. Ja? Perfekt, genau das ist es. Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind es aber auch teilweise persönliche Motivationsfaktoren. Also ich bin ein bestes Beispiel. Ich bin seit weit über zehn Jahren im Startup-Umfeld unterwegs und meide Berlin-Mitte. Hab tatsächlich mitten im Kern gewohnt, hab auf der Grenze zu Kreuzberg gewohnt, im Kiez. Leben pur, hab mittlerweile zwei Kinder und meine Prioritäten haben sich verschoben. Das heißt, ich bin rausgezogen. Wenn ich aber mein Startup in der Mitte Berlins habe, dann bin ich ein Pendler. Und wenn ich ein Pendler bin, verliere ich jeden Tag zwei Stunden meiner Zeit, die ich mit meinen Kindern verbringen könnte. Also mache ich mir darüber Gedanken, wo könnte ich hin. Aus diesem Grund, das war auch teilweise ein bisschen Egoismus, bin ich nach Potsdam gegangen, weil ich gemerkt habe, dass nicht nur ich so denke, sondern viele andere so denken. Und ich glaube, dass das sich in den nächsten Jahren immer mehr raus aus den Innenstadtkernen ziehen wird und immer mehr dorthin zieht, wo die Menschen eigentlich leben wollen. Und wo das Thema, weil wenn sie viel Energie verschwenden oder aufwenden für Anfangsphasen, wo sie alleine kämpfen und deswegen verschwenden, wenn sie es nachher zusammen machen, dann können sie es viel effektiver gestalten. Oder natürlich die Energie aufwenden, um ein Unternehmen hochzuziehen. Dann brauchen sie ein Gegenpool. Und wenn der Gegenpool ist, sie fahren jeden Tag zwei Stunden und sie haben am Wochenende kaum Zeit, dann haben sie den Gegenpool nicht und dann werden sie gesundheitlich irgendwann gegen eine Mauer laufen. Also brauchen sie den Gegenpool. Und wenn der Gegenpool bei ihnen persönlich nachher das Land ist, die Natur ist, Radfahren ist, dann wäre es natürlich blöd, wenn sie mitten in der Innenstadt wohnen. Leipzig geht noch, aber Berlin Mitte, dann fahren sie schon ein Stück, bis sie draußen sind. Und Hamburg ähnlich, München genauso, dann wäre es vielleicht schön, wenn sie draußen schon wohnen und die Tür aufmachen und vielleicht sogar draußen arbeiten. Also daher ist es eine riesengroße Chance für das Land. Nun sind wir ja hier direkt im Umfeld von Leipzig. Sie haben Leipzig gerade schon erwähnt. Ich habe jetzt in der Corona-Pandemie mal berechnen müssen, wie groß die Entfernung von der Kreisgrenze zu den Nachbarstädten und Gemeinden sind, weil es da Bewegungsbeschränkungen gab, ganz schlimme Sachen. Und habe erstaunt festgestellt, dass also von den östlichen Punkten der Kreisgrenze bis zum Stadtzentrum von Leipzig es nicht mal 15 Kilometer sind. Also Luftlinie meine ich jetzt. Also wir sind sehr dicht dran an einer Stadt, die ja doch fast explosionsartig positiv sich entwickelt hat. Wie hoch schätzen Sie die Chancen ein, dass solche Bewegungen, die Sie jetzt für das Umfeld zum Beispiel von Berlin beschrieben haben, auch im Umfeld von Leipzig sich etablieren und wir letztlich hier in diesem Ring um Leipzig herum davon auch profitieren könnten. Ich stelle Ihnen eine Gegenfrage. Wenn Sie gehen gerne gut essen? Das ist nicht zu übersehen. Wenn Sie gerne gut essen gehen und Sie haben ein Restaurant gefunden, was Ihnen unglaublich gut schmeckt, was wahnsinnig lecker ist, werden Sie dann auch 15 Kilometer in Kauf nehmen, um dort hinzufahren? Klar. Exakt. Und genau das ist es. Wenn Sie die Möglichkeit haben, dass Sie etwas geboten bekommen, jetzt übertragen wir es mal auf das Business, dann werden Sie auch genau diesen Aufwand in Kauf nehmen, um an bestimmten Punkten weiterzukommen. Dann ist es vielleicht nicht das Geschmackliche, sondern dann geht es darum, dass Sie vielleicht erfolgreicher werden, schneller sind, an bestimmten Punkten vielleicht auch die richtigen Kontakte haben. Also entscheidend ist nachher, was wird mir geboten und nicht, wie viele Kilometer sind es. Okay. Das ist ein Thema, das müssen wir in den nächsten Monaten und Jahren sicherlich noch viel stärker bearbeiten und behandeln. Es ist jetzt ein erster Einblick. Welchen Rat geben Sie denn jetzt einem Landrat im ländlichen Raum um Leipzig herum jetzt mit auf dem Weg? Was soll die öffentliche Hand tun, um diese Prozesse hier anzustoßen? Tatsächlich ist es nicht zu stark zu verkomplizieren. Schauen Sie, dass Sie das jetzt relativ schnell anfangen zu analysieren. Was sind Ihre Stärken? Was sind Ihre USPs, wie man so schön sagt? Diese dann auch runterzubrechen, sich fremde Unterstützung dazu zu holen, um genau das umzusetzen und dann nicht zu lange zu warten. Also wenn Sie jetzt nochmal zwei Jahre, drei Jahre warten, dann ist vielleicht auch schon der ein oder andere Zug abgefahren und dann sind vielleicht auch andere Regionen um Leipzig herum schneller gewesen als Sie. Und Sie verlieren... Letzte Frage, weil Sie von Zugabfahren sprechen. Welche Bedeutung für solche Entwicklungen hat das Thema öffentliche Infrastruktur, also S-Bahn-Anbindung, ÖPNV? Wird das überschätzt für diejenigen, die in die ländlichen Räume dann kommen sollen oder spielt das tatsächlich eine zentrale Rolle aus Ihrer Sicht? Das spielt eine Rolle. Also wie sind Sie angebunden, wie schnell komme ich von A nach B? Das wird ein sehr, sehr wichtiger Faktor sein. Da sollte man sich darüber Gedanken machen, wie kriegt man das gelöst. Aber selbst wenn Sie nachher einen Shuttle-Service anbieten, der von A nach B fährt und das vielleicht dreimal am Tag, dann reicht das schon aus. Also es muss auch da wiederum nicht zu kompliziert das ganze Thema gestalten, sondern lösungsorientiert an das Ganze rangehen und diese Chance, die Corona gerade bietet, auch wirklich nutzen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich glaube, ich muss mit Dirk Riesinger noch weitere Gespräche führen, die jetzt auch außerhalb unseres Podcasts liegen. Hier spielt Kompetenz eine große Rolle. Die brauchen wir im Burgenlandkreis für den Strukturwandel und außerhalb auch der Braunkohleregion für die Entwicklung im gesamten Landkreis. Danke für Ihre Zeit. Ich hoffe, Sie haben genauso viel gelernt wie ich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.